Hallo, das hier ist Laura Schwenker, ich bin Claudia Schnödewind und wir beide präsentieren heute das Special, die mit den Händen tanzt. Das Special ist barrierefrei und es beschäftigt sich mit dem Thema Gehörlosigkeit und Musik, also Gebärdensprachdäumenscher und Musik. Wir haben ein Quiz, in dem man gleich spielerisch einsteigen kann und mal testen kann, ob man sozusagen erkennt, um welche Musik es sich handelt. Das heißt, Hörer werden gleich in die Lage versetzt, nichts zu hören, Gehörlose haben gleich ein spielerisches Element. Ja, wir haben ein Thema, das sonst schwer ist und vielleicht schwer zugänglich ist, mit einer Prise Humor und Leichtigkeit versehen und hoffen, dass man so einen spielerischen Zugang zu dem Thema hat. Dass man eine Leichtigkeit hat. Ansonsten wollten wir gerne erreichen mit dem Special, dass wenn Sie auf ein Konzert gehen, dass Sie schauen, gibt es einen Gebärdensprachdäumenscher und wenn es keinen gibt, sich fragen, verdammt nochmal, warum ist hier eigentlich kein Gebärdensprachdäumenscher für Musik? Denn Musik soll immer barrierefrei sein und das ist Lauras großer Wunsch und daran arbeitet sie.